Ein Gebäude macht zwar noch keinen Technologiepark aus, doch die Stadt befindet sich in Bechleu auf einem guten Weg dorthin. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann eröffnete ein viergeschossiges Bürohaus, das für mehr als vier Millionen Euro von fünf privaten Investoren konzipiert wurde. Investorensprecher Michael Remmers wünschte sich von der Stadtverwaltung, den Technologiepark zügig weiterzuentwickeln. Die Nachfrage von potenziellen Mietern sei vorhanden. Investoren stünden bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017